so meine freunde jetzt habe ich das den ersten anstrich auf dem wagen drauf schade ist natürlich nur wie gesagt bei schwarz sieht man nicht wirklich viel also der wagen muss noch mal komplett gealtert werden damit die ganzen feinheiten wieder zur geltung kommen aber sonst finde ich das erstlingswerk gar nicht mal so schlecht wenn man so schaut autofokus bist du also ich muss mal so sagen der wagen ist wirklich schön also hat mir sehr viel spaß gemacht bisher jetzt muss er wie gesagt ein bisschen gealtert werden ja jetzt mit diesen dekals die man aufbringen soll ringe ich auch noch mit mir selbst oftmals sieht das nicht wirklich gut aus aber ich überlege noch okay da unten habe ich ein bisschen was nicht lackiert gelassen weil umso mehr farbe umso mehr kann sich da diese dreipunkt lagerung nicht mehr bewegen die räder werden zeitnah noch getönt die weißen flecken von der grundierung stören mich darauf jetzt nicht ich möge die gerne ganz in schwarz ja ich reinige lieber dann noch mal die radgrenze ein bisschen und dann ist gut aber das sieht unauffälliger und echter aus finde ich nur schreibt ein bisschen was in die beschreibung dazu das war jetzt sozusagen mal das allererste projekt die puffer fehlen noch die kupplung ich ringe immer noch mit mir selbst was für kupplung unten ran sollen schreibt mir doch mal in die kommentare was ihr davon haltet dann tschüss und schöne feiertage